Die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Präsidentin! Meine lieben Kolleginnen! Sehr geehrte Damen und Herren! Kaum ein Thema, das so sehr von der Mitarbeit und der Expertise derer abhängt, die tagtäglich an der Basis arbeiten, wie die Kinder- und Jugendhilfe. Aus eigener Erfahrung in der kirchlichen oder aus der kirchlichen Jugendarbeit und aus dem Jugendhilfeausschuss aus meiner Heimat Neukölln weiß ich, in der Kinder- und Jugendhilfe steckt der Teufel in aller Regel im Detail. Einfache pauschale Lösungen gibt es nicht. Die Arbeit der Praktika ist von einer großen Individualität geprägt. Daher brauchen wir bei dieser großen Reform die umfassende Expertise derer, die täglich mit den Auswirkungen der gesetzlichen Beschlüsse zur Kinder- und Jugendhilfe zu arbeiten haben. Mir ist es aus diesem Grund ein Herzensanliegen, noch einmal deutlich zu machen. Auch wir teilen die Kritik vieler Verbände für das Verfahren, was in der letzten Zeit angewandt worden ist. Es gab viel Kritik. Wir alle haben viele Briefe bekommen. Wir alle haben viele E-Mails bekommen. Ich glaube, die Arbeit derer, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, um die es ja letztendlich geht, wird dem nicht gerecht. Und es wird vor allen Dingen den Eltern und Familien mit ihren Bedürfnissen nicht gerecht. Und des Weiteren wird es auch den Fachleuten nicht gerecht, die ein natürlich ein großes Interesse an einer Weiterentwicklung haben und sich hier umfassend und ernsthaft beteiligen wollen. Diese Beteiligung brauchen wir. Wichtig zu erwähnen ist zudem vorab noch eins. Die Fürsorge unserer Kinder und Jugendlichen ist Recht und Pflicht der Eltern. So will es im Übrigen unser Grundgesetz. Und so wollen wir es auch. Der Staat hatte zuallererst die Aufgabe, sich rauszuhalten. Die zweite Aufgabe des Staates ist es jedoch, denjenigen oder diejenigen Familien zu unterstützen, die das eben nicht können, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Dabei geht es zunächst um Arbeit in der Familie. Eltern befähigen muss unseres Erachtens an erster Stelle stehen. Dieses Prinzip, das sich aus unserem Grundgesetz ableitet, sollten wir im gesamten Prozess vor Augen haben. Aber jetzt noch ein paar Worte zu dem eigentlichen Entwurf. Es ist schon einiges gesagt worden. Wir werden den Entwurf natürlich in den nächsten Wochen noch mal auf Herz und Nieren prüfen. Aber ich will Ihnen, wie Kollege Weinberg, auch noch mal einen Blick geben auf § 36a. Nämlich auch, da geht es darum, die Eltern zu stärken. Der Entwurf will unseres Erachtens falsche Einzelfallentscheidung per Gesetz lösen. Viele von uns kennen Fälle, und lieber Markus Weinberg, du hast es genannt, bei mir in Neukölln waren es andere Fälle, viele von uns kennen Fälle, bei denen Kinder aus Pflegefamilien oder einer Heimunterbringung zu früh zurück zu den leiblichen Eltern gegeben worden sind. Was wir aber nicht genau wissen, ist, welche Auswirkungen haben denn Fremdunterbringungen auf die Kinder und vor allen Dingen auch auf ihre Entwicklung. Im Koalitionsvertrag, das ist eben schon zitiert worden, haben wir beschlossen, die Änderungen in der Kinder- und Jugendhilfe auf einer fundierten empirischen Grundlage zu vereinbaren. Diese Grundlage ist aktuell noch nicht gegeben. Was wir aber sehr wohl wissen, ist, es gibt keine stärkere Bindung als die von Kindern zu ihren Eltern, und das sollten wir immer im Hinterkopf behalten. Der Gesetzentwurf sieht nun eine Perspektivklärung, also die Einschätzung, ob eine Leistung auf Dauer oder nur kurz- oder mittelfristig erfolgt, zu Beginn einer stationären Unterbringung vor. Hier muss deutlich betont werden, stationäre Unterbringung heißt Pflegefamilie oder eben auch eine Heimunterbringung. Diese frühe Entscheidung nimmt die Möglichkeit einer umfassenden Einzelfallbetrachtung. Gerade dieses ist aber im sensiblen Zusammenspiel von Kindern, leiblichen Eltern und pflegerischer Unterbringung so wichtig, und hier gibt es nun einfach mal keinen Musterfall. Was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, bei einem Großteil aller Fälle, bei denen Kinder in Pflegeheimen oder Heimen untergebracht werden, haben die leiblichen Eltern selbst um Hilfe gebeten. Sie sind überfordert und suchen nach Unterstützung, um meist langfristig natürlich wieder ein stabiles Familienleben aufzubauen. Sie müssen sich darauf verlassen können, diese Unterstützung zu erhalten. Wenn die Eltern Angst haben müssen, ihre Kinder zu verlieren, weil sie sich kurz- oder mittelfristig nicht in der Lage sehen, sich ausreichend um sie zu kümmern, werden sie vermutlich nicht mehr um Hilfe bitten. Das ist nur ein Beispiel von vielen Themen, wo wir sehr genau hinschauen müssen, was wir mit dem Gesetzentwurf machen und welche Auswirkungen es auf einzelne Punkte in der Praxis haben. Deswegen bin ich gespannt auf die Diskussion, die wir in den nächsten Wochen haben werden. Wir haben gestern bereits eine öffentliche Anhörung zu dem Thema beschlossen. Ich denke, wir müssen eben noch viele Experten hören. Denn eins ist klar, die Reform des SGB VIII ist auch mit dem Gesetzentwurf, so wie es hier vorliegt, längst nicht abgeschlossen. Vor dieser großen Aufgabe stehen wir jetzt. Ich wünsche mir, dass wir das Thema natürlich auch noch mitnehmen in die nächste Legislaturperiode, und zwar in einem geordneten Verfahren und unter breiterer Beteiligung. Deswegen freue ich mich auf die Debatte. Ihnen noch einen schönen Abend. Danke. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 19.2003